Es geht ums Kochen, das schönste Buch. Und ich lese der junge Koch, die junge Köchin und ich bin angekommen bei zwölf, nee nicht bei zwölf, bei zwei Ausbildungen, Education, La Formation Francaise. 2. Ausbildung Den Anforderungen der modernen Arbeitswelt trägt die berufliche Ausbildung Rechnung. 2. Ausbildungsordnung Grundlage für die Ausbildung ist die Verordnung über die Berufsausbildung im Gastgewerbe. In ihr sind die Berufe festgelegt und deren Ausbildungsinhalte beschrieben. In Klammern Berufsbilder, Klammer zu. Berufsbezeichnungen ist hier unter dem Bild. Die staatlich anerkannten Berufe sind Koch, Köchin, Fachkraft im Gastgewerbe, Restaurant, Fachmann, Restaurant, Fachfrau, Hotelfachmann, Hotelfachfrau, Hotelkaufmann, Hotelkauffrau, Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie. Gliederung der Ausbildung Die Ausbildung für die Fachkraft beträgt zwei Jahre, für die anderen Berufe drei Jahre. Als Koch muss man also drei Jahre in die Ausbildung als Kaufmann, hier, Hotelkaufmann, Hotelkauffrau auch zum Beispiel. Als Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie sind es dann nur zwei Jahre. Fachkräfte können ihre Ausbildung in einem dritten Jahr wahlweise als Hotel, Restaurant und Systemgastronomie-Fachkraft fortsetzen. Diese Möglichkeit ergibt sich aufgrund der exakten Gliederung der Ausbildung. Klammern Stufenausbildung Siehe Übersicht Seite 16. Das ist die nächste Seite. Das kommt aber, das kommt erst später. Ausbildungsrahmenpläne Die Ausbildungsinhalte der einzelnen Stufen sind in der Verordnung vorgegeben. Darüber hinaus sind sie in den Ausbildungsplänen für Betriebe inhaltlich detailliert den jeweiligen Ausbildungshalbjahren zugeordnet. Daraus leiten die Betriebe intern Ausbildungspläne ab. Das ist so. Amen.